Ich bin schon wieder am Reparieren. Ähm, Mrs. Johnson? Ja, Ihr Motorrad ist fertig. Ah, danke. So, heute ist endlich der große Tag. Heute gehe ich auf Urlaub. Was war das? Das Schiff! Das Schiff liegt an, endlich! Hopp! Hallo, Leute! Hi! Boah, was ist das denn noch für ein cooles Schiff? Das ist ja ab, Mama! Groß! Und hier ist die Küstenwache! Hilfe! Ich bin gekentert! Dü-dü-dü-dü-dü! Schnell kommen Sie an Bord! Ich rette Sie! Ich rette Sie! Kommen Sie! Ah! Das war knapp! Kommen Sie! Wir bringen Sie schnell an Land! Puh! Ja! Gehen Sie! Ah! Puh, danke! Oh! Es geht los! Oh! wir legen an gut zehn eineinhalb stunden später endlich sind alle leute auf dem schiff dann schauen wir mal wie es weitergeht sieben minuten später